hallo willkommen zu einem neuen let's play and talk disco elysium heute am montag den 27 juni 2022 1710 und ja letzte folge war ein kleiner filler da haben wir jetzt nicht viel gemacht also nicht viel wirklich viel erreicht konnten die seriennummer zuordnen aber auch noch nicht genau müssen jetzt noch auf den namen waren sind dann zurück im mietshaus gewesen dort eine maklerin gefunden getroffen haben das rätsel im zimmer zehn gelöst für die putzfrau und jetzt wollen wir noch mal über mit joyce sprechen und hoffen dass sie jetzt nachdem wir wissen dass sie da mehr zu tun mit zu tun hat dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr auskunft gibt muss ich nur noch mal hier gucken da bin ich reingekommen hier noch mal gucken ich habe ich hier auch irgendwas übersehen und nein nicht das musikstück da bin ich falsch falsch hier noch mal gucken wir haben mich den eindruck dass ich irgendwo irgendwas nein nicht da rein falsch da lang da komme ich auch hier raus und nicht man jetzt kriegt garantiert wieder eine beschwerde irgendwo über rechtsverletzungen zum blödsinn gut dann haben wir mal dass die uns jetzt hier was zu sagen hat was spannendes klick ihr back good what can i help you with mal ein paar fragen zur realität ja das kann ich ja nicht machen das zu aber keine chance in welchen zeiten leben wir die ist aber an important times detektiv you and i were born after the dust had settled the thousandth of a second too late zu spät wofür for the big time ihre augen beginnen zu glänzen ihr breites lächeln enthüllt ihre zähne was ist sie die große zeit the revolution antwortet sie ha und was ist diese revolution von der ich immer wieder höre it's quite easy every hundred years or so our species gets together to decide what's next who gets shot in the head and who gets the mineral rights it's it's a real kerfuffle würden sie sagen sondern ein paar affen die sich gegenseitig behakt haben ja wie er halt das limbische system sagt ihm wurde in den kopf geschossen er hat die mineralrechte bekommen und dann war dieses reden sie hat da vielleicht über die zeiten eben wurde in den kopf geschossen das wäre die kommunisten generell speaking 40 million people got shot in the head during the world revolution but the communists they all got shot in the head oh and the anarchists too they shot them well so well one forgets they even existed she likes the totality of it man könnte sagen dass sie völlig den kopf verloren haben indeed they parled them in mass graves in ozon and well that's the last anyone heard of those people haben die kommunisten und die anarchisten zurückgeschossen did they ever before they got shot themselves they shot two million people das ist eine echte tragödie ja die rote deluge die insulindische deluge die nennen sie es da ist auch eine Sintflut in meinem kopf zeige auf meinen kleinen kopf ja eine akte thymine-deficienz kann durch den alkoholismus 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 wurde sonst noch jemanden in den kopf geschossen auf der gegnerischen gegnerischen seite oh lots of people even the king got shot in the head or thrown beneath a horse or drowned accounts differ it was unceremonious just as well he wasn't actually the king just the king's nephew the real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in grad kluge könig feige könig ich habe den könig vergöttert diese scheiß kommunisten können sie mir egal sind immer noch eine sache feiger könig oh 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 würden sie sagen es waren ein paar affen die sich gegenseitig behakt haben Und die Affen? Waren sie böse? Nein. Ich würde sagen, die Apes waren neutral. Für mich hört es sich doch recht böse an. Auf der anderen Seite, vielleicht bist du richtig. Sie dreht sich nach Norden in die Richtung der bombardierten Gebäude des Aufwettels. Wer hat die Mineralrechte bekommen? Die Liberale haben die Mineralrechte. Und mit Mineralrechte meine ich alles. Okay, und Liberale meinen sie? Die Liberale sind meistens mittlerklasse Menschen, Detective. Oder die restliche Gentry. Die Beneficioren der Prerevolutionary Arrangement. Arrangement? Einige waren riech genug, um mit der Constitution zu bleiben. Mit der Monarchie. Ein großer Fehler. Andere beten auf die Revolution. Sie waren die Ultras oder Ultraliberalen. Sie haben gut geklappt. Wir haben die Liberalen es geschafft, alles zu gewinnen. Sie haben nicht gewonnen, so viel wie zu überleben. Wir waren die letzten, die standen, als die Krieg endete. Jeder andere hat in den Kopf geschossen. Erinnerst du das? Wir. Sie ist einer von ihnen. Natürlich. Wenn alle erschossen worden waren. Wem konnte man sich denn dann noch ergeben? So. Moment. Sie haben doch gerade gesagt, die Liberalen hätten alles genommen. was nicht auf den Boden war. Die Koalition nahm den Boden. Die Ozean, die Regeln und die Menschen. Wer ist die Koalition? Die Koalition der Nationen. Grat, Mesk, Vesper, Messina, Oranje und Sjölecleg. Das Arbeitszentrum des Weltes. Sie landeten hier und die Revolution endeten. Es war die moralische Sache. Moralisten? Die Moralisten glauben, dass alles genau wie es ist. Sie glauben in Mineralreiten. Und nicht Menschen in den Kopf. Ja, das ist ja auch schonmal... ...at least nicht in der gleichen Mane und Volumen, wie die anderen machen. Sie sind die langfristigen Regierenden von Revachol. Der Koalitionsgericht. Okay. Das ist ihre Zone der Kontrolle. Sie entzündeten die RCM mit Krummen der gleichen Regierenden. Technisch gesprochen, du bist ein Moralist. Die Farbe des Moralismus ist blau. Das offizielle Motto des Moral Interns, oder Moralist International, ist ein blau, vergiss mich nicht. Ein Stück grösser Skye. Unaffiziell. Für einen Moment gab es Hoffnung. Hm. Das muss ich widersprechen, glaube ich, dass ich im Moralist bin. Nicht bloß technisch gesehen, auch in der Praxis. Für einen Augenblick gab es Hoffnung. Ein gewerter Mann des Zentrums. Und wenn es darum geht, immer die Option zu wählen, die einen zu nichts verpflichtet, dann bin ich absolut ein Moralist. Und auch wieder nicht. Ein gewerter Mann des Zentrums. Es ist schwer zu kommen. Es ist gut, jemanden zu haben, der eine moderatere Beziehung zu schütteln nimmt. Und wann war dieses Riesentheater? Der Riesentheater? Der Riesentheater? Nicht antworten. Es ist eine schreckliche Frage. Die Riesentheater begann in 02. Auf der Isola von Grat. Doch am Ende hat sich fast die ganze Welt involviert. Wer hat sie angezettelt? Es war nicht ein Wer, sondern ein Was. Eine Pandemie von Zarath. Eine besonders virulente Prion-Disease, die die Autoritäten in Grat veröffentlicht haben. Dann kam Masolf und hat die Regierung überrascht. Was hat jetzt mit diesem Zarath auf sich? Es hat Menschen überrascht ihre Regierung überrascht. Uff. Tatsächlich. Natürlich nicht. Es war ein sehr infektuelles Mikroorganismus, das zerstört das Gehirn-Tissue. Die aktuelle Cause der Revolution waren Material. Die Pandemie hat nur den Sparke gegeben. Es war eine lustige Zeit in der Geschichte. Sie haben Transistor und Rockmusik gefunden. Aber sie wussten nichts über Prions. Niemand hat das. Wohin hat sie sich dann ausgebreitet? Von Revacholl und Grat? Nicht weit. Die Welt hat sich geschafft, zu kulturieren. Masolfs Regierung wurde in 08. Und die Koalition hat die Revacholl-Kommune zwei Jahre später zerbrochen. Es war der Ende. Super. Und was kam danach? Bei. Du und ich, Officer. Unsere Leben in der Zone der Kontrolle. Das ist die kontrollierte Zone. Ein Städte-State, die in freie Marketszonen unter dem everlastigen Interregnum der Koalition der Nationen. Und du, natürlich, die Bürger-Militie. Die Zone der Kontrolle ist die dritte Inkarnation von Revacholl. Nach der Verlust der Suzerain und der Kommune. Okay. Äh. Was ist mit dem Rest der Welt passiert? Modernity. Sie entwickeln die Marvels der Inter-Eastler-Kommunikation. Zelematische Milieus, Radiation, kleines Plastik. Im Gegensatz, in Revacholl West, der Nachfolge für die 5. Dekade. Übel. 51 minus 8 equals 43. Moment. Wollen Sie damit sagen, dass es jetzt schon 43 Jahre so geht? Zeit fliegt. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit über gemacht? Die 20 Jahre sahen eine Dekade der urbanen Krieg. West des River leveled. Offshore-Plattformen in Flächen. Still, es ist eine Veränderung an was vorhin kam. 08-19 war einfach hell. Und danach? Was? Die 30 Jahre? Things settled down in the 30s. Revacholl East transformed itself into the world's largest tax haven with the international community's blessing. For the first time in a long time it seemed like things were going somewhere. Okay. All that untaxed income must have fueled the new. That can only mean one thing. Genau. Dann wurde Disco entdeckt. Yes. And quantitative easing. It was a market mirage unfortunately. The 40s dispelled it. An easterly wide hangover you might say. So. Here we are. Sie macht einen Knicks. Welcome to reality. Baby. For her to be where she is. Wild Pines group must have picked the right side. Auf welcher Seite stand die Wild Pines Gruppe? They picked the winning side. That's why they are here. And others are not. Hm. We have Glück gehabt. Perhaps it wouldn't have turned out that way had I been in charge. I might have bet on the king and let the pines to doom. Sie hätten sich für die Seite des Königs entschieden? I would have decided with the cannons. If you'd seen the calibers of the things, you might have too. Perhaps it's better I was born when I was. Wahrscheinlich. Ten of the fourteen Indo-Tribes got it wrong. Feld, Kupri, Tricentennial. So I suppose I would have been in good company. Und was hätten sie anders gemacht? Good question. Was would you have differently done? Sie gefragt, welche Rolle spielen sie bei der ganzen Sache? Sie hätten nach einer medizinischen Lösung gesucht, als ich anders hätte Sarath, Sarath, diesen Menschen in den Wahnsinn getrieben. Sie hätten noch mehr getötet, wenn nötig auf 400 Millionen. Sie hätten mich ganz konkret positioniert und wäre davon gekommen, mit den Mineralrechten. Ich weiß nicht genau, was ich anders gemacht hätte. Klar, konkret, ganz klar Positionen sind immer gut. Aber dann kommt man nicht immer davon. Und es ist auch besser, Menschen zu helfen. Ja, ich hätte nach einer medizinischen Lösung gesucht. Und etwas Hygiene, gemäßigte Sozialfürsorge und vielleicht ein wenig Forschung. Ich hätte die tollwütigen, prionenkranken Hunde liquidiert, die alle umbringen wollten. Und zwar mit einer säuberen, säubernden Atelierfeuer. Privater Gesundheitsversorgung und eine Arbeitsmoral, die haben das Gehirn nicht in einen Schwamm verwandelt. Okay, vielleicht ist es unmöglich, was passiert und musste passieren und so wird es immer sein. Das Hygiene, gemäß jeder Sozialfürsorge und vielleicht ein wenig Forschung. Good hygiene. Really. A very moderate solution to an extreme problem. It's those sort of half measures that doomed the authorities and grad. Welcome. When they failed to step up, Mazov and his party stepped in. In this particular case, maybe a more robust state response might have been appropriate. Ja, das hätte ich mir in den letzten zwei Jahren auch öfter mal gewöhnt. Opinions expressed here do not reflect the official position of the RCM. And what is your official position, Lieutenant? My position, ma'am? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone the same way. I was saved by being two years old. That is my position. The Abattoir. Understandable. Das reicht über die Zeiten. They are what they are. Who knows? An after bloom may yet come. Maybe. Anyway. Enough sentimentality. Is there anything else you want to know? I will know what you know. Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. I want to know what they are. Hmm. Rummeltie. Hmm. Hmm. Ich sage nix. Ultras sind nie gut, egal in welcher Hinsicht, in welcher Bewegung. Ultras sind immer schlecht. Sie riecht die Körner ihrer Mache, schmierend, herauszufinden. Ich kreuz mich an eine Liberale. Cool, ich bin aufsetzt, mein Ziel. Ich bin ein engagierter Liberalisierer. Dios Mios, eine Liberale. Ja. Ich bin der Niederkreatur des Forbidden-Swamp. Ich versuchte den König unter eine Sch***wagen und versuchte die Revolution. Mein Kind surrendered die Nation zu finanziellen Colonisten. Ja, das kennen wir. Ja. 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 Vielen Dank. Ja. Ja, das kennen wir mich auch agiert in Everton мира. Ich bin einfach zu nett. Sie verführt sich hinzugeben ihm und ihm sein zu diensten. Ich blöde übel. Ich bin langsam in den Kopf. Und die ficken. Ich hoffe so. Ich hoffe, dass wir als Freunde weitergehen können, obwohl ich meine schale Bülse und die Insanität, Blödsinn und Transfere der Weibung, die hier stattgefunden hat. Das war nicht der Plan all along. Das ist ja sehr beruhigend, danke schön. Als die Kugel zettelte, waren die Liberale die nur die, die die Verletzungen aufzunehmen, die Verletzungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer Überlebung wurden sie enormes Kraft gegeben, um die Zukunft zu entwickeln. Das war alles, was unsere letzte Generation geschafft hat. Mit Respekt zu unseren Overlords, der eternale Geheimdienst, die Martinaise ein Monument zur Echtigkeit ihrer Artillerie bleibt. Ich hätte nicht die Sovereinheit der Koalition verlinkt, nicht hier in Martinaise, und nicht in die Stellamaris oder Delta Beachheads, auch nicht für meine eigene Sache. Sie realises, dass ihre kleine, frühe Füße sind geblendet. Sie lösen sie. Dann für meine Dauchte. Wir hatten eine Obligation für unsere Sovereinheit. Wir sollten die ganze Isola aufbauen, eher nicht sie haben. Sie haben eine Klugefrau. Nein, sonst wird mir die intellektuelle Eitelkeit zum Verhängnis. Ich habe eine Krone auf der Kopf, als du in der Kaskette lagst. Sind sie Patriotin? Ja. Ich glaube, ich bin. Aber ich wäre kein Patriot sonst hier, aber hier. Es ist ein Problem, Mann. Es ist ein Problem, Mann. Ja. Was auch immer ich bin. Ich bin auch eine Mutter. Und eine Frau. Jetzt, sollen wir zur Realität zurückkommen? Ich bin glücklich, dass Sie eine Unterstützung haben. Die kleine, die ich weiß. Was noch? Was noch? Danke. Ja. Dazu will ich jetzt scheinbar nichts sagen. Aber ich höre, Mann. Jetzt höre ich auf mit der Musik. Immer das Musikstück. Das ist meistens das, was angemahnt wird. So, jetzt muss ich ein wenig gucken. Wahrnehmung. Gelehrte Fähigkeiten. Gelehrte Fähigkeiten. Das ist das Gegenstand. Aber wo kann ich denn? Unvergelehrte Fähigkeit plus eins. Was kann ich denn hören? Neben. Autorität. Kopsgeist. Hier habe ich ja nur was erledigt. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt ja auch schon wieder knapp eine halbe Stunde. Nicht ganz, aber unglaublich. Aber hier erreichen wir diese Folge eh nichts mehr großartig. Wir müssen ja mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Gut. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem haben wir ein bisschen was gelernt. Mehr noch über die Geschichte, über die Revolution. Ist immer gut. Ich mag sowas immer gerne. Es erfüllt die Welt mit mehr. Ja. Hintergrund. Das ist immer gut. Okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nice. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt sicher. Bye bye. Euer Tobi. Bye 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 Bye. Vielen Dank.